Das ist Lesley, unser Lesley-Simulator. Was ist das? Lesleys sind rotierende Lautsprecher. Das ergibt einen unvergleichlich vibrierenden, tremolierenden Klang. Seit den 70er Jahren gern eingesetzt für Hammond-Orgel, aber auch Gitarren. Ein Lesley-Simulator tut so, als würde der Sound durch rotierende Lautsprecher gejagt. Und unser Lesley ist die beste Simulierkiste, die je gebaut wurde. Die Bedienung erklärt sich von selbst. Klinken-Input sowie Stereo-Outputs für Klinke und XLR sowie Monoklinke, kein MIDI, stattdessen vorne ein paar Knöpfe, die so klar beschriftet sind, dass es jeder begreift. Und spätestens, wenn man dran dreht, kommt noch ein Effekt dazu, nämlich der aus deinem Mund. Ah! Hört euch um, schaut euch um, hört genau hin. Bis heute gibt es keinen besseren Lesley-Simulator als den Dynacord CSL-222. Die drei Einstellungen gibt's. Ohne Langsam Und schneller Baujahr 1990 Baujahr 1990, ein Klassiker, ein Glücksfall und mittlerweile eine Rarität. Dieses nicht besonders hübsche, aber ungemein gut klingende Teil gibt's, inklusive praktischem Fußschalter, bei uns im Crowdfunding. Nur Lesley ist mehr Lesley. Ausgust Ausgust Ausgust